Ist das von der Palomino-Fels? Wir haben eine Antwort von der Reit-Akademie. Wir haben ihn nicht aufgemacht. Wo steht es? Wo steht es? Ja, wir sind drin. Spirit und ich wurden abgenommen. Wir sind drin. Ich auch. Willkommen zurück an der Palomino-Fels-Reit-Akademie. Was ist denn Spirit? Das Trio? Wenn das nicht Lucky Prescott und ihre Mädels sind. Was? Ihr kennt euch schon? Wir sind an dieser Schule, um zu lernen, Freunde zu finden und mit den Pferden Spaß zu haben. Wenn ihr uns nicht in die Quere kommt, kommen wir euch auch nicht in die Quere. Gut, gut. Ich habe meinen besten Freund vom College getroffen. Ja! So viel zum Thema, sich aus dem Weg gehen. He's craving, Will! Oh, Abigail! Otis, du hast es! Du bist ein braver Junge! Festhalten! Juhu! Maricella? Also dachte ich, es sei Zeit für ein Wiedersehen. Oh, sie sind so niedlich, die zwei. Wisst ihr, ich bin schon traurig, dass ich Miradero verlasse. Aber ich freue mich auch auf neue Traditionen. Schneller, Spirit! Juhu! Ich will, dass Boomerang etwas gelehrter aussieht. Was meint ihr? Alles, ihr geschäft. Juhu! Vielen Dank.